Musik So Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour. Wir sind heute unterwegs zu einem alten Munitionsdepot. Das dürfte eine recht interessante Sache werden. In diesem Sinne viel Spaß und los geht's. Die Geschichte des Geländes beginnt bereits im Dritten Reich und endet dann mit der Abgabe der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat das hier 2.2 aufgegeben und einiges verschlossen, einiges versiegelt. Ein Abriss ist unwirtschaftlich, also von daher dürfte hier noch einiges stehen. Das ist gut. Das ist gut. Das war's. Wir befinden uns jetzt übrigens in dem Pförtnerhäuschen und sieht noch relativ interessant aus. Zwar sind auch einige Räume leer, aber es gibt doch noch so das ein oder andere, was echt ganz cool ist, zum Beispiel der Tresor da an der Wand, der ging natürlich jetzt nicht auf, ist auch nicht weiter schlimm oder auch das Telefon, aber das sind so Sachen, die sind nicht nur schön als Fotomotiv, sondern machen die ganze Sache auch so ein bisschen spannender, was auf jeden Fall noch sehr interessant ist, das sind die Schutzräume, denn es geht hier runter und der Tippgeber sagt, guckt euch das mal an, lasst das mal auf euch wirken, es ist eine echt coole Sache, von daher bin ich sehr gespannt und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Gut, wir gehen jetzt also mal runter in die Schutzräume, da steht es auch nochmal, sämtliche gelbe Ventile sind im Schutzfall zu schließen, ja, das ist so ein bisschen dunkel, auch wenn es an sich keiner ist und mal gucken, wo es hier rausgeht, ob es überhaupt rausgeht, nee, es geht nicht raus, dann lassen wir die Tür auch zu, weil wir wollen hier nicht groß Aufmerksamkeit auf uns ziehen, sehr interessant. Ich kann's. Ich kann's. Das machen wir doch jetzt. Das stimmt, das ist der Notausstieg. Treppen hoch, kurbeln. Sehr gut, gut, also das war auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Sache hier. Ich bin gespannt, was uns noch so erwartet auf dem Gelände. Wir gehen jetzt erstmal wieder hoch und ja, wirklich cool. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. So ein riesen Schutzraum direkt unter so einem, ich sag mal, kleinen Häuschen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie ist der erste Eindruck vom Gelände? Ja, der Bunker war ja schon mal ganz witzig, ne? Und das mit dem Floreszenz-Streifen ist schon immer wieder ganz cool. Alles verschlossen. Alles verschlossen? Ne, nicht verschlossen, weil jetzt auf geht's für die Tür nicht. Das ist krass, wie zugewachsen das hier mittlerweile schon alles ist. Wie ich schon am Anfang sagte, seit Anfang 2000 ist hier Schicht im Schacht und das soll eine Naturerholungsfläche werden, dieses Gelände. Oder zumindest sollte es das werden. Ob es da jetzt andere Pläne für gibt, weiß ich nicht. Ihr seht, es sieht auf jeden Fall ganz danach aus. Ein Abriss wäre sehr unwirtschaftlich. Es wäre viel zu teuer. Deshalb das hier alles so in seiner Form wohl erst einmal erhalten bleibt. Wie ihr hoffentlich sehen könnt, sind wir schon wieder hinterm Zaun. Das heißt, wir haben das Gelände schon wieder verlassen. Ja, die meisten Gebäude, die ähneln sich. Die sind nummeriert. Die sind alle gleich. Ist halt ein Munitionsdepot. War auch kein allzu großes. Und somit sind wir nämlich auch schon am Ende unserer, es war eine wirklich kleine Tour, muss man sagen, angekommen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Musik